Ein Blinder malt. Willkommen zum nächsten Bild von mir, eurem blinden Maler Zato Itchi. Heute schaut mir nur einer zu, und zwar der Mann im Mond. Das ist mein Mond. Jetzt fehlt noch der Mann. Da war er. Und jetzt geben wir ihm eine Angel, und er angelt vom Mond herab. Vielleicht trägt er ein paar Sterne. Als letztes bekommt unser Mond noch ein paar Krater. Okay, das ist mein Mann im Mond. Der schaut von oben zu, was wir so machen. Das ist mein Mann im Mond.